Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Unterschied zwischen Haus und Hause, und zwar gleich nach dem Intro. Ja, bevor wir loslegen, vergesst nicht, euch für den kostenlosen Gedächtnis Crashkurs für deutsche Grammatik einzutragen. Wir kriegen wunderbare Rückmeldungen dazu, die Teilnehmer lieben den Kurs, und ja, er ist wirklich kostenlos. Früher habe ich den für 37 Euro verkauft, jetzt ist er kostenlos für dich. Trag dich ein, die Adresse wird hier eingeblendet, und du findest sie auch unter dem Video, natürlich in der Videobeschreibung. Ja, der Unterschied zwischen Haus und Hause kam auf während einer unserer Konversationsrunden im EasyDAF Campus. Der Kurs, der also für alle geeignet ist, die Deutsch lernen oder Deutsch unterrichten, egal auf welchem Niveau. Also ab spätem A1 Niveau kannst du da schon mitmachen. Weitere Beschreibungen findest du auch in der Infobox, oder nicht in der Infobox, in der Videobeschreibung. Und über den Gedächtnis Crashkurs. Dort veranstalten wir jedenfalls jede Woche einen Online-Konversationskurs, angeleitet von einer sehr professionellen, sehr lieben Lehrerin. Und ich bin da auch meistens dabei und schreibe im Hintergrund etwas, so wichtige Informationen in den Chat und so weiter. Und dieses Mal, oh jetzt fliegt hier ein Hubschrauber vorbei, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Dieses Mal, oder bei einer dieser Sitzungen hat ein Teilnehmer die Phrase verwendet oder den Satz gesagt, ja, der Strand ist ungefähr 10 Minuten entfernt von meinem Haus. Das ist nicht ganz korrekt und warum, das versuche ich euch jetzt zu erklären. Wir schalten mal auf mein Whiteboard, hier auf mein digitales. So, hier haben wir also die beiden Varianten, das Haus versus Hause. Und Hause ist im Prinzip eine alte Dativ-Form von Haus. Das benutzt man heute aber seltener, nur noch in Verbindung mit einer bestimmten Bedeutung und immer mit einer Präposition auch dabei. Ja, der wesentliche Unterschied ist schon mal, das Haus bezieht sich auf wirklich ein Gebäude. Ja, damit ist also, so, habt ihr auch immer als Kind so einen Schornstein gemalt? Ich glaube, das machen die meisten. Also, auf dieser Seite, das Haus, damit ist das Gebäude gemeint. Und dieses Hause dann immer in Verbindung mit einer Präposition, damit meinen wir eigentlich, Ja, wir meinen damit den Ort, an dem ich wohne, aber im Nominativ heißt es dann der Ort, an dem ich wohne. Das ist diese ganze Seite hier. Ja, der Ort, an dem ich wohne, das ist eher eine Idee, ein Gefühl und so weiter. Das ist nicht das Gebäude, das ich anfassen kann. Ja, es hat eher was mit Heimatgefühl zu tun und so weiter. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen weiter. Ich habe hier mal auf der rechten Seite verschiedene Varianten aufgeschrieben, über die wir heute sprechen wollen. Nämlich, eben, das ist ganz allgemein, also so allein kommt das nie vor. Aber dann diese Varianten zu Hause, bei mir zu Hause, von mir zu Hause, nach Hause, mein Zuhause wird hier zusammengeschrieben. Auf diese Varianten wollen wir jetzt mal eingehen. Wir beginnen aber mit dem Haus als Gebäude. Und hier sind ein paar Beispiele, ja. Wenn wir vom Haus als Gebäude sprechen, ich mache das nochmal deutlich hier. So. Hat natürlich auch eine Tür und zwei Fenster. So habe ich früher immer Häuser gemacht. So, dieses Haus ist schon sehr alt. Das wäre ein Beispielsatz, ja. In diesem Haus wohnte Goethe. In diesem Haus wohnte Goethe. Damit ist auch dieses Gebäude gemeint. Das Haus ist schön. Du kannst auch sagen, mal ein weiterer Beispielsatz. Das ist mein Haus, zum Beispiel. Oder in diesem Haus wohne ich schon seit 30 Jahren. Oder ich wohne in einem Haus, nicht in einer Wohnung. Natürlich ist eine Wohnung auch in einem Haus, Teil eines Hauses. Aber man kann das schon so sagen. Ich wohne in einem Haus, nicht in einer Wohnung. So, das sind Beispiele mit dem Gebäude. Jetzt genau fällt mir noch ein wichtiger Punkt ein. Ich mache mal noch einen weiteren Satz. Hier, ich wohne schon lange in diesem Haus. Das schreibe ich euch deswegen auf, weil ich nochmal auf dieses fehlende E im Dativ eingehen möchte, wenn wir über das Haus als Gebäude sprechen. Ihr wisst, bei mir gibt es Farben, um die Satzglieder zu kennzeichnen. Hier haben wir das Subjekt, stopp, das Subjekt ich, das ist grün. Das Prädikat oder Verb ist bei mir immer gelb wie die Sonne. Und jetzt ist mir aber wichtig, wir haben hier eine Präposition in. Und ich wohne schon lange in ist eine Wechselpräposition. Und wir fragen hier natürlich, wo wohne ich? Und auf die Frage wo bei einer Ortsangabe folgt der Dativ. Das heißt, diese Präposition bekommt in dem Falle eine rote Markierung für den Dativ, weil es eine Wechselpräposition ist, die hier in einer Ortsangabe verwendet wird und die hier eine Position angibt. Wo wohnst du? In diesem Haus. Und hier ist also unser Dativ. Und ihr seht, es gibt hier kein E. Ich kann auch sagen, ich wohne schon lange in diesem Hause. Das passt aber eher ins vorletzte Jahrhundert. Heute ist das ein bisschen altmodisch, altbacken. So spricht heute niemand mehr. So, gehen wir weiter zu dieser Form Hause. Hier hat es das überdauert. Also dieses E meine ich, das Dativ E. Das ist hier eine Ortsangabe und zwar eine Position. Ja, ich kann fragen, wo bist du? Ich bin zu Hause, aber damit ist gemeint, wir erinnern uns, Hause bezieht sich immer auf den Ort, an dem ich wohne. Auch das hier war ja eine Position, aber in einem Gebäude. Hier sind wir wieder bei der Position, bei einer Ortsangabe. Aber nun ist nicht das Gebäude, das ich anfassen kann, gemeint, sondern der Ort, an dem ich wohne. Hier sind ein paar Beispiele. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Das kann überall sein. Es ist nicht ein bestimmtes physisches Haus gemeint. Oder natürlich bin ich immer oder meistens in einem bestimmten physischen Haus. Das ist aber nicht das, was ich transportieren möchte in diesem Satz. Das Gebäude ist hier egal. Wichtig ist die Idee des Ortes, wo ich eben wohne. Ich wohne hier, ich bin hier zu Hause. Das ist so ein Satz, den kannst du sagen, bei einer Party, ja. Jemand fragt dich, hey, wer bist du hier, was machst du überhaupt hier auf dieser Party? Dann kannst du sagen, ich wohne hier, ich bin hier zu Hause. Ich kann hier machen, was ich will. Ich habe das Recht, hier zu sein und mich auch so zu benehmen, wie wenn es eben mein Zuhause ist. Also das ist ein Satz, den man öfter mal benutzen kann. Ich wohne hier, ich bin hier zu Hause. Oder wenn du Gäste hast, du lädst jemanden zu dir nach Hause ein. Dann ist ein ganz gängiger Satz, ein ganz verbreiteter Satz. Fühl dich ganz wie zu Hause. Hier fehlt eigentlich ein Ausrufezeichen, müsste man hier hinschreiben. So, fühl dich ganz wie zu Hause, das heißt, mach es dir bequem, benimm dich so, wie wenn du bei dir zu Hause wärst, an dem Ort, an dem du wohnst. Oder eine Redensart, besonders jetzt zur Urlaubszeit, wenn man wieder zurückkommt, sagt man doch fast immer, zu Hause ist es am schönsten. Es war zwar schön am Strand oder in den Bergen, wo auch immer du warst, aber zu Hause ist es meistens am schönsten. Gut, und hier habe ich ein großes Aber hingemacht. In diesem Beispiel, hier ist mein Zuhause, als Substantiv schreibt man hier zu Hause zusammen und groß. Wenn euch mal auffällt, die anderen sind, da ist wirklich noch die Präposition und das Haus, das Hause sind getrennt. Das schreiben viele oft falsch, aber so ist es korrekt. Ich bin zu Hause. Also viele schreiben es auch so, also dass es klein geschrieben wird, ist eh klar, aber sie schreiben dann so was und das gibt es nicht. Das ist falsch. Also diese Varianten sind so korrekt, aber als Nominalisierung, hier ist mein Zuhause. Hier meine ich auch nicht das Haus, sondern hier ist der Ort, an dem ich wohne. Dieses ist mein Zuhause. Das Zuhause kann ich dann sagen in dem Fall. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder eine Ortsangabe, diesmal als Bezugspunkt. Ich habe hier vorhin schon was mitgearbeitet und angestrichen. Es geht wieder um eine Position und diesmal, also auch man erkennt es an der Frage, wo hier im Beispielsatz, wo treffen wir uns heute Abend? Antwort zum Beispiel, bei mir zu Hause. Deswegen habe ich das als Bezugspunkt genannt, als Orientierungspunkt. Wo treffen wir uns? Bei mir zu Hause. Und hier ist eben wichtig, bei ist wieder eine Präposition mit Dativ, oder nicht wieder, es ist eine Präposition mit Dativ. Deswegen wird ich im Dativ, das hier ist ja ein Dativ nun, wird zu mir, das Personalpronomen. Und ich wird zu mir. Bei mir, und nun kommt diese Phrase da hinten dran, wieder zu Hause. Also dort, wo ich wohne, da treffen wir uns heute Abend. Oder, kennst du ein gutes Restaurant in deiner Nähe? Ja, das, hier kannst du jetzt jeden beliebigen Namen einsetzen. Das Restaurant ist nur fünf Minuten, und jetzt kommt es, das war ja der Fall aus unserer Konversationsrunde, ist nur fünf Minuten von mir zu Hause. Du kannst dir auch noch entfernt dahinter schreiben, wenn du möchtest. Aber man kürzt es eigentlich ab. Das Restaurant ist nur fünf Minuten von mir zu Hause. Oder, der Strand ist nur fünf Minuten von mir zu Hause, nicht von meinem Haus, denn das Haus als Gebäude interessiert mich eigentlich nicht. Wenn du solch einen Satz sagst, möchtest du den anderen Gesprächsteilnehmern sagen, wie bequem du es hast. Dort, wo ich wohne, gibt es ganz in der Nähe eben ein Restaurant, ein Strand und so weiter. Da liegt nicht der Fokus auf dem Haus aus Stein oder aus Holz oder sonst was. Also, von mir zu Hause oder wir treffen uns bei mir zu Hause. Hier geht es um eine Distanz von mir zu Hause entfernt. Und hier, wo treffen wir uns? Bei mir zu Hause. Natürlich kannst du auch sagen, bei dir zu Hause, bei jemandem zu Hause. Du kannst hier auch hinschreiben, bei Paul zu Hause. Aber bei den Pronomen musst du eben aufpassen, dass du die Pronomen korrekt in den Dativ setzt. Ich wird zu mir. Du wird zu dir, bei dir zu Hause. Ihr wird dann zu euch. Wir treffen uns bei euch zu Hause. Ich mache es noch ein bisschen schöner. So. Wir, wir treffen uns bei uns zu Hause. Ihr, wir treffen uns bei euch zu Hause. Und Sie, wir treffen uns bei Ihnen zu Hause. Okay. Dann lasst uns noch den letzten Fall anschauen. Auch hier haben wir wieder eine Ortsangabe. Dieses Mal nenne ich es aber eine Direktion. Ich kann hier nämlich fragen, wohin gehst du? Ja, es ist spät. Ich gehe nach Hause. Also frage ich hier, wohin? Also es ist spät. Ich gehe jetzt. Oder ich gehe nach Hause, ist dann hier die Phrase. Ohne zu, ja. Ich gehe nach Hause. Gestern habe ich Paul gesehen. Er ist gerade nach Hause gegangen. Also hier ist immer dieses Beispiel, diese Phrase mit nach Hause. Und hier ist eine ganz wichtige Phrase, wenn ihr in Deutschland jemanden datet. Und das ist schon so ein Witz ein bisschen in Deutschland, ja. Man geht zuerst in die Kneipe oder ins Kino oder sonst was. Dann wäre es schon spät. Und dann sagt man, kann man so zum Spaß sagen, zu mir oder zu dir oder zu dir oder zu mir. Umgekehrt. Und gehen wir jetzt gemeinsam nach Hause zu dir oder gehen wir gemeinsam zu mir nach Hause. Natürlich nur, um noch einen Kaffee zu trinken nachts. Aber es gibt sogar in Berlin, meine ich, eine Kneipe, in der ich früher mal war. Die heißt, zu mir oder zu dir. Oder zu dir oder zu mir. Ihr könnt ja mal recherchieren, ob es die noch, wahrscheinlich findet ihr die. Also als Kneipenname. So, so ein Klassiker. Gehen wir noch zu mir oder gehen wir zu dir. Und abgekürzt zu mir oder zu dir. Okay. Ich hoffe, das hat euch ein wenig Aufschluss gegeben. Ich möchte euch nochmal auf meine Website hinweisen. EasyDAV.de Es lohnt sich immer vorbeizuschauen. Dort kriegt ihr tolle Lernhilfen für deutsche Grammatik. Und ihr findet dort weitere Informationen zu meinen Produkten. Alle meine einzelnen Produkte sind nun zusammengefasst in unserem EasyDAV Campus. Dort treffen wir uns. Dort gibt es ein eigenes soziales Netzwerk. Es gibt jede Woche diesen Online-Konversationskurs, bei dem jeder, der den monatlichen, wirklich geringen Beitrag bezahlt, kann an diesem Konversationskurs teilnehmen. Dort kannst du sprechen üben. Du kannst auch nur zuhören. Du musst keine Angst haben, vielleicht zu schlecht zu sein oder so. Jeder fängt man an. Wir haben wirklich eine tolle Lehrerin, die diese Kurse anleitet. Und im Hintergrund schreiben wir in den Chat, wenn sich jemand mal versprochen hat, wie muss es hier richtig heißen. Wir korrigieren dann, geben Möglichkeiten, dich auszudrücken und so weiter. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung. So, jetzt genug davon. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Natürlich freue ich mich über weitere Abos, über Likes und so weiter. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Das war Peter von EasyDAV.de Tschüss.